Schätzchen? Hey, sag einfach Bescheid. Ähm. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Hm. Geh mal alles. Schwiegen wir. 9.02. Alter. Das ist voll viel. Alter Schwede. Und ich komm. 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 Immer näher. Mit geschnicktem Tempo. So. Ähm. Was geht? Das, 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 das. Lalalalalalalala. Blam. 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 Ja. Viele, ne? Ich bringe mir so. What's that, ne? Gezackt. Ist nicht so gut. Hm. Beespaarsteiger. Oh. Ach so. Hey. So. Unsere. Haben wir die hier nicht. Keine Ahnung. Hundewurstung. Boah. Jetzt können wir Dinge uns geben, ne? Dockmeat. Dockmeat. Metallrüstung. Haben wir schon an. Teilweise. Wir haben alles von allem was. Blunder. Womit hab ich. So ich alles da offline wieder ab. Die Güsse werde ich dann verkaufen. Wenn die schlecht ist. Ich hoffe, man hört das nicht, weil unten wird gebohrt. Ah, nee. Nee. So. Mehr Minus. Als Plus. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Verstreift. Nee. Okay. Deswegen noch 410. Und das ganze Schrott. Wie immer noch so vollvieh, alter. Hä? Das war die Kampflinze. 62. 62. Ach, das ist andere. Gehärtet. Vollwarte 20. Das ist gleich, ne? Alter, die ist exakt gleich. Nee. Warum ist die denn teurer? Die ist mehr wert. Warum? Alter, der hat besser Reischweite. Hm. Ich meine, wir verlieren nix. Lass ich die mal. Hier haben wir alles abgelegt. Hey. Wahrscheinlich hier. Boah. 27 Shits. Redex. 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 Lukasherry, Seychelles, Stealthboy, die wen gar nichts, also von daher, egal. Tato, hey Jeter. Mentats brauche ich auch nicht. Medex auch nicht. Leuchtener Peets. Kaugummi, Klingkorn, Hundefutter, Hirnpeets. Jetzt die Flaschen. Hat die wenig so viel. Four? Quimkorn, Quimkorn, Blutpaket, Blutblatt, Bourbon, Bier, 1 für 1, 1 für 1. Dreckiger Ödländer. Dreckiger Ödländer. Ja, lassen wir das. So. Ja, wie können wir laufen? Das ist ein Wunder. Q auf 2. Zeig mal das schön. Ja. So, dann gucken wir mal rein, ne? Aber das in der nächsten Folge. Oder? Nicht ein Schlafsack. Ist gar nicht so groß. Hast du das gesehen? Voll daneben gezieht. Das habe ich gesehen. Oh. Hey. Komm, 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 komm. Ja, ja. Nein, ey, ey. Jetzt bitte pack das so behindert an. So fasch die Leute. Ist gar nicht so groß, ne? Ich hatte, das wäre jetzt größer. Das Gegenteil von eben. Ich hatte, das wäre jetzt größer, als das wäre jetzt kleiner. Oh, scheiße. Entschuldige. Jetzt sage ich mal, was ist besser, was wünsche ich? Jetzt sagt er das, wo du die Kreide. Krede. Stift. Das war es aber. Jo. Kann man machen ne? Ja, okay. Okay, was ist das? Ah, Ventilator. Okay, dann lagere ich das auch noch ein. Und gehe woanders dann hin, äh, zum Ziehen meine ich. Nee, nee, nee. Ich meine Abenteuern. So. Ähm, wo lang? Okay, markiert ist die, damit ich weiß, wo ich das jetzt ist. Wo ich das jetzt finde. So, da lang. Ich speichere mal. Hoffentlich bügt man keine Todeskarte, die man aufgeweckt haben von eben. Ich meine, die sind jetzt angeschwächt. Hoffentlich, dass sie sich heilen. Oh. Die Händen kann man einfach gar nicht splendern. Das ist doof. Ich will was hören. Ich gehänge deine Einweite um den Hals. Ich schmerze mich. Das ist glaube ich nicht so gut. Scheiße Güter, ne? Biss dich mal. Nicht gut leiden. Oh, so, das ist da. Biss du. Hallo? Nein, nein, nicht. Da. Ich bin zu Sammelgeide, da merke ich nicht, dass ich beschossen werde. Warte mal, ich gehe mal näher. Ich mache näher Schaden auf weit entfernen. Kommt da was? Da ist dann was am Stampfen. Raider. Nützlich, oder? Ja, ich mache es auch voll oft. Weil ich glaube, ich levelgeil bin. Hey. Ich habe keine mehr auf die Taste. Auf heute Wasser kann man gut verkaufen. Dann lasse ich das mal. Aber was von viel? Hier, hier, ne? Ja. Oder gibt es noch was, dass man betrieben, wir haben? Ah, hier, guck mal. Ähm. Q auf 7. So. Alter. Ich würde hier mal tapsen. Mit dem Knochen. So kann man sich Knochen nehmen. Wo steckt die Frau das alles hin? Na, ich gehe schon. Ich zeig meine Waffe nochmal. Rahmen. Adjektive Drüse. Was haben die Geales drin? Uah. Ich würde es auf jeden Fall nicht wissen. Hier könnte man Aufzug nehmen. Aber ich gehe mal erstmal die Treppe hoch. Also alles, wenn man auf der Artikel drüsen. Das ist ein Boston Viewer. Ich will nicht wissen, wie viele Items hier in dem Spiel platziert sind. Boah, das ist schon extrem. Jetzt hier da. Keine Ahnung. Also hier fahren wir noch nicht. Schade. Ist aber auch nix, ne? Okay, ich gehe mal in den Aufzug. Wo war der da? Speichern wir vorher. Na, gucken wir mal. So, kommst du? Nein, unnötig. Du, die Schwestern von uns töten, das uns nur stärker machen. Wenn sie dich töten können, schwachen Menschen sie nichts wert sein. Warte. Lernen Deutsch. Geh raus, gucke. Geh vor. Hier kein grünes Zeug. Warum kein Kübelkopf hier? Ihm würden die Beine abreißen. Wo ist die Herzen für eine Welt? Jemand da? Meine Kämpfe auf dich. Das werden guter Kampf. Das wird aus sein. Heute kein Kampf. Da draußen, irgendwo. Springen wir es hinter uns, okay? Was ist alles? Nein. Boah, Alter. Die Waffe ist scheiße. Die lädt die ganze Zeit immer nah. Sonst verkommt das alles ja in Ordnung. Oh, no. Alter. Kleine Pissar. Das ist nie aufschütt. Das geht dir. Alles meins. Bitteschön Blündertuch später Kann man noch machen Cool Hey, da draußen ist was Bist der Reise aufgestanden Wo seid ihr? Was ist das? Da Oh oh Alter, fast am Downer Hitter Später Pakete 8 Wo ist der andere? Hier soll er sein Okay Proben Was war das? Oh, Alter, weil du mich verarschen Boah Meine Güte Blöde Blöde Ich schmeiß einfach alles runter Hey 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 Schlag ein Hey Schlag ein Komm Rett nicht Rett nicht Sanpasta Da Da Schleich Schleichratte Ich 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 Schleichratte Wohin 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 Wir gehen Wohin 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 So Ja Wir können bewegen Wohin 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 FFire Deine Mutte Wim Kacken Es ist falsch Gesäu Experte Boah Da müsst ihr was geil ist dann sein Oh So Ja Du machst das ziemlich gut. Ich sollte dich in Auge behalten, wenn du mich das nächste Mal besuchst. Du hast keine Probleme. Jemand da? Heute kein Kampf. Oder wo ist der Typ? Ist ja nur einer. Was ist das? Hast du dich selbst im Spiegel gesehen? Aber warum fragt er sich, was ist das? Äh, nichts gewesen. Jaja. Geräusch. Ich zeig dir gleich nichts gewesen. Nein, da tue ich. Äh, schade. Was ist der? Der sollte aber nicht sein. Wohl nichts gewesen. Ich was hören. Ich auch. Ich weiss jetzt wo da los ist. Das hier. Nein. Hey, wo ist der? Ich dich hören. Ich höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Wo ist der? Was? Wer darf sein? Ist der da drin? Was? Wer darf sein? Das hier? Das hier? Wie nehmen? Ohren mir wieder Spiele 3. Keine Ahnung. Klammer. Ach, Klammer. Yeah. Da war Zeit zum Stern. Da bist du. Das war's dafür für dich. Komm mal, komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal. Da ist kein Spiel. Da ist kein Spiel. Wir gewissen. Besser gelaufen als erwartet. Ja. Okay, ich hatt's auch wie so gedacht. Leider. Was haben die Dinge alles? Also, wenn das ne Werbung sein könnte, alter. Ich würd wegrennen. Der Junge sieht echt hässlich aus. Die wärmen. Früher. Also, wirklich. Oh Gott. Weißer Teller. Irgendwie viele Sachen. Oh. Die fährt jetzt der Tür. Und dann, guck mal, was ist da hinter. Wo ist das da hinter? Oder ist das nur ein Upgrade? Okay. 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 Das wär's. Oh, war das nur ein Kickmerfer? Wollen wir das nochmal gucken? Ähm. Okay. Hi. Nix. Farm? Auch nix. Yeah. Auch nix. Was? 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 Das wär's. Äh. Safe-Steuerung. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Ne. Das ist ja schon. Ne. Türsteuerung. Ne. Oh. Ne. Ne. Wenigst haben wir da erfahren bekommen. Ich hab Angst, mal was zu verpassen, ey. Ah, da ist der Schacht. Da ist ja der Schacht. Den gefällt's mit der Puppe da. Warte, warte. Warte, warte. Ich schick dir noch einen Kollegen. Hallo. 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 Ich bin Wackelkopf, Lowey. Wo ist der Korb? Ach, der ist bis hierhin geflogen. Was sonst? Ah, hier. Da ist noch was. Oh, er hat eine Kaffeetasse dabei. Ah. Ich bin gerade am Kaffee drücken. So, gehen wir mal gucken nach oben. Dann können wir nach oben fahren. Hier haben wir eigentlich alles zu weit mitgenommen. Aber hier noch nicht. Verlaubt. Ah. Ich lass dich übersehen. Was? Zur Tür schließen. Psst. Kann man die ganzen Bälle abnehmen? Ey, da fehlen noch ein paar. Eigentlich. Okay. So. Das, 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 das. Dann hätten wir noch was drin müssen. Okay. Wie schön. Wow, Haarklamme. Nice. Ist da was drin? So dunkel. Ah. So. Das. Das. Ist da was drauf? Ne. Ich mich voll genau umgucke. Ist hier was? Ist hier was? Ich hab ja nichts übersehen. Ich hab ja nichts übersehen. Ähm. Hi. Ach. Ist das hier die Kasse von Piper Jam. Äh. Späsi. Was? 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 Gibt es da? Boah. Duwe. Hey. Hm? Klar. Schau's dir an. So, da hinten liegen noch ein paar Flaschen. Seh ich. Hm. Dezimeter. Pistole. Prijat. Quäne. Po-pistole. Ja. Gewehr. Molot auf Planke. Splittergranate. Bla. Nein. 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 Ah. Ist das schlimm. Trink los da. Trink los. Trink los. Alter. Wer platziert dann hier immer wieder weitere Gegenstände? So kommt mir das vor. Schlimm. Bei mir darf er nichts liegen lassen. Der Besen. Der Besen. Der Besen. Der Tischventilator. Oh mein Gott. Was liegt denn hier alles rum? Die Wärme eigentlich? Hä? Wenn das Blut tropft. Dann ist es ekelig. Aber nur wenn das Blut tropft. Was hier liegt. Das ist ähm. Das ist schön. Etwas. Der Besen. Der Besen. Alter. Ah. Ich komme hier nicht weg. Schlimm. Was ist denn hier los? Ah. Nein. Ich seh da, dass wir jetzt noch frei sind. Mentats im Computer, ja krass. Ah, guck mal. Das kann was Süchtiges sein, hoffentlich. So. Geschafft. Vergoldenes Feuerzeug könnte viel wert sein. 26, hoffentlich. Ist auch so viel wert. Piper hat das gefallen. Warum hat er das? Was, wenn ich mich ausziehe, gefällt dir das auch? Basketball. Bitte. Kannst du noch was tragen, bitte? Ich halte halt immer aus. Ich hab zu viel. Ich hab zu viel. Komm, ein Besen. Was? Gewicht. 0,45. Das geht auch noch nicht mehr. 0,1. Alter, das geht auch noch nicht mehr. Einfach Bescheid. Scheiße. Die Munition wird irgendwie weniger. Wie nehm ich den Aufzug. Ich verpiss mich jetzt hier. Alles Schande. Oh, nein. Warum musst du was haben? Sag mir nicht, dass du auch noch was hast. Okay. Was? Was ist das? Ich hatte da... Aufzug, ja so. Was ist das denn? Ach so, hier. Sag mal. Scheiße, ich will nicht. Nein. Nein. Es muss wieder nach oben. Alter, das kann nicht wahr sein. Was ist das denn? Ich dachte, da wäre noch so ein Geheimnis. Ich kann nicht glauben, dass ich das alles übersehen habe. Wo ich hier vollkundig rum am Eifern bin. Das ist echt schrecklich. So. Ich möchte doch nur weiter. Kommen. Zu viel verlangt. Da gibt noch was. Leider auch nicht. Was könnte man daraus machen? Wie, warte, warte. Geht er nicht weiter, oder? Weißt du nicht. Geht's denn jetzt weiter? So, er ist fertig. Habe ich gar nicht geglauben. Haben wir hier oben? Ja, oder? War da noch was? Tröppel, tröppel, tröppel. Ach ja. Ah. War mal hier schon. Ah, okay. Oh, safe. Den hab ich aber, glaub ich, schon aufgemacht. Ja. Den kant vor. Ich schmeiß ihn alle gleich aus, ey. Was hab ich gesagt? Das hat ja jetzt funktioniert. Ja, beide sind verfüllt. Lalalalalala. Ja, beide sind verfüllt. Hier geht's weiter. Ja. Safe mal. Er weiß, was uns oben erwartet. Was spricht der Typ da wieder? Oder ist er schon tot gewesen? Vielleicht war das ja einer von denen. Wir werden gleich sterben. Gereich? Jemand da? Was das? Boah, eifig Gegner. Hallo. Warte. Haben wir... Nein. Nein. Oh, nichts gewesen. Heute kein Kampf. Aufgepasst! Was gibt... Shit, da ist er bescheuert. Wir brauchen... MMM. MMM. Wo war das? MMM. Wo war das? Die, die... Die ist ausgewählt. Bist du bescheuert? Was ist denn zu tun? Was? So... Ich bitte eine Art. Ich weiß jetzt aber nicht, wie man nochmal die aktiviert. Was? Wer da sei. Hm. Geräusch. Ich was hören. Ich dein Fleisch fressen, Max. Naja, es hat nur eingereifen. Was? Oh nein. Weinst du, wir sind jetzt in Sicherheit? Nein. Komm schon. Wir müssen das nicht durch. Oh! Aber, aber, fangt nichts an, was ihr nicht zu Ende bringen könnt. Ja, genau. Drop these down. Die Gebrüll, wenig Gehirn, was? Und dann? Was ist das Pfeiffer? Was ist die? Oh, die ist down. Mann, ich hasse es. Ich helfe da jetzt. Ich helfe da jetzt. Ja, danke. Da ist das Pfeiffer.